hallo und herzlich willkommen meine damen und herren hier auf dem channel auf der inklusivsaison den keiner kennt vor der kamera und hinter dem mikrofon euer René und wir bzw ich befinde mich heute wieder in Minecraft und ja wir werden ein bisschen weitermachen gehen wir werden hier ein bisschen was machen allerdings werde ich jetzt erstmal kurz meine Ressourcen kontrollieren eigentlich muss ich da habe ich eigentlich alles genug oder wie oder was habe ich jetzt noch genug Steinschruchsteiner könnte man ja da mal was machen von denen habe ich nämlich nichts mehr aber da mache ich gleich noch eine damit wir hier auch ausgerüstet sind von der Axt konnte ich da könnte ich auch noch eine machen, sicher sicher kann man immer brauchen, bestimmt das hätte ich auch noch dann futschen wir mal dann werden wir uns hier in das schöne Teilchen begeben auf unsere neue Halbbasis oder Basis hier ne die ich hier beim letzten neuer Dokument fertiggestellt hatte ja so halbwegs fertiggestellt habe ne und ich würde sagen, hier gehts weiter da habe ich mal angefangen tja bumm da wurde jetzt mal weiter Mal schauen, ob wir da heute in Kommen werden. Ich bin ja gespannt, ob ich da irgendwie irgendwo irgendwas finde. Oder auch nicht. Naja, im Moment sieht es ja nicht gerade rosig aus hier, äh, rosig, ne. Ich anspiele auch den Garnit, oder wie? Oh. So gut, im Moment bin ich ein bisschen ratlos, außer dass ich hier irgendein Monster höre. Und das spreche ich mir überhaupt nicht. Ihr kennt mich, ich bin Angsthazi. Kommt hier nichts von oben, oder? Ne, der muss da unten irgendwo sein. Da gibt es bestimmt irgendwo eine Hülle und ich höre das. Boah, Scheiße, 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 Scheiße. Ich und meine Angst hier, ne? Ja, irgendwie, irgendwo. Ah, da ist Kuhle. Da ist noch mehr Kuhle. Ah, dieses Geräusch hier. Da ist irgendwo irgendwas im Busch hier. Im Busch. Das passt mir überhaupt nicht, dieses Geräusch. Ich habe gerade Gänsehaut. Oh, Eisen. Könnte dieser, dieser, dieser bescheuerte Zombie irgendwie mal verschwinden? Ich mag dieses Geräusch nicht, das, äh, die er macht, ja. Ich mag die nicht. Zombie, mach Abflug. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Wahrscheinlich irgendwo. So, ja, da gibt es jetzt noch nichts. Aber ich höre bitte nicht mehr. Bam, 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 auf 49. Auf 49. Ja, auf 49. Ja, auf 49. Da brauche ich aber noch lange da runter. So. Da wird es ja hoffentlich nicht schon irgendwie nachts sein. Aber gut. Ich nix anhaben. Da unten auch Zeit vergehen. Wie in, äh, wilde Seite. Nee, ist noch Tag. Also von da oben kann nix sein, ne. Also ich bin da unten auf die 49 gekommen. Hm. Oh. Meine Zugtaste hier, ne. So. Mal schauen, welche Bäume es hier zum Fällen gibt, weil, äh, holzkundliche Augen brauchen. Oh, Mann. Und wenn ich Holz brauche, also Hirne... Oh. Da war... Scheiße. Da war ein Griper. Leute. Da war ein Griper. Und ich muss zurück meine Sachen holen. Meine Güte. Ich hab den Griper nicht gesehen. Ich hab den Griper nicht gesehen. meine Güte es hat hinter noch alles unten habe ich jetzt alles mein Helm ist da rosa ist da Stefan sind da das ist da schwerstechnisch mäßig habe ich da muss ich wieder reinlegen so habe ich noch das Schwertschirm das kommt mal raus das kann ich mal darüber verprachten Baumshetsling Holuz Axt Shovel Zack Bull ض Kohle Gut, dann lasse ich mich mal ganz kurz hier bewaffnet mit Schwertchen und werde hier mal meine Rückreise anbieten, denn es wird Nacht, meine Damen und Herren. Und wenn es Nacht ist, er kennt mich, ich mag das nicht. Einmal retour zu meiner Basis. Und gleich nochmal hier das Erz reinschmeißen in den Oven. Der Erz kommt da rein. Ach no, dann kommt hier Bruchstein mal rein. Ah, das seht, Diuret, Bruchstein, Granit. Und die Erde, die werde ich sowieso auch nicht brauchen. Die Säzungen haben wir auch mal rein. Das Eilchen kommt auch mal rein da dann, oder? So, ne, so, Holzblöcke, äh, so, Holzding. Dann werde ich mir da mal, äh, Dickenblöcke mal einstellen. Da haben wir das Eisen. Das können wir da mal so reinlegen. Ähm, ja, ne. In, in meinen oberen Behältnisraum hier, ne. Da wollte ich ja grad einige Sachen raufbringen. Auch, äh, so wollte ich ja schon jetzt mal, ne. Fuh, äh, ja, fangen wir mal mit dem ganzen Zeug hier an. Nämlich Bruchsteine. Ich habe ein super tolles Bruchsteinlager. Also, mehr kann ich nicht einnehmen in meinen Wegenwentschern. Mehr kann ich nicht hinauftransportieren im Moment. Ich mache da mal eine ganze Bruchsteinkiste. So wie ich es eigentlich, nein, das war an der Sied. Dies, Bruchstein, 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 Bruch, Bruch. Und dann weiß ich ja noch, was duierst mir ist. Grunz, Pruch, Bruchstein, 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 Bruchstein. So, ich muss hier mal schauen, wie ich das hier weitermache. Ich würde mal vorschlagen, ich räume mal hier komplett um. So, und hier komplett rein. Well, dann kann ich hier mal da unten die zwei Kisten hier abholen, dann noch bringen. So, die nächste Kisten hier abholen, meine Damen und Herren, diese würde ich fast sagen, ich gebe die Erde gehen, Erde, 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 Dort, Dort. Dort, dort, dort. ich muss ja da schon alles rausschneiden sonst kriege ich ja die Kiste nicht leer zum Lauftransportieren aber in diesem Korb werfen wir nur Erde so, komm ich da jetzt weiter nee, nicht ganz also machen wir alle drühe und dann besser gesagt so so tschakbomm, einmal drauf oh hier brauche ich die Türchen kann ich die mal drücken? ja so, und in diese würde ich sagen mal ja, was geht denn da rein? alles sieht alles alles sieht dann direkt gut schau, du gehörst gleich aus, ne? den Garni kann ich ja auch mit ein paar pflanzen, bitteschön bitteschön und leitzeschön jetzt auch noch den Kies dann hol ich mal bald da den Rest hier und wieder rein, und hier gebe ich mein Verletzt auf, ne? Das Baumaterial, äh, das Baumaterial, so wie, äh, Eigenholzdingens da, äh, Leitern, Zäune, Stiegen, ähm, Baumaterial, was war denn da noch? Ach, dann hab ich wieder, hier ist kein Baumaterial, Papier, das hier ist noch Baumaterial, äh, das nehmen wir auch als Baumaterial, genau. Dann hätte ich mir noch, äh, Töckigstellen bauen müssen. Äh, dann kann ich ja auch noch mein Fressi-Fressi raufgeben. Wülf, Fressi-Fressi, öpss, wie die vorschlagen, muss ich da unten die Sachen, da gebe ich noch, das, da, 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 das, das, ja, das, ja, das kann man auch reingeben, das auch, das auch, das auch, das auch, nein, das nicht, das nicht, das kann man aber schon rein, da alle noch, so, so, jetzt sollte ich hier nur noch irgendwie eine Bedürfung auch hinkriegen, keine Ahnung, wie ist das wieder noch? So, da habe ich mal drei, mehr geht sich nicht aus, da habe ich mal drei Schilder, die versuche mir jetzt irgendwie da anzubringen, wo auch immer, so, machen wir das so, Bruchsteine, und das sieht, die Joghurt, Granit, und so weiter, und das war falsch, das war falsch, wie ist das, da hat man das kennen, ja, ja, kann ich da links und richtig, da kommt dann erst hin, und, und das sieht, Diorit, Granit, und so weiter, und so habe ich mal diese Diorit hier sozusagen, äh, gleich mal ein bisschen beschütztet, damit ich weiß, was drin ist, ne, wo was drin ist, ne, und so würde ich mir das gut vorstellen können, hier dann noch, äh, Baumaterialbeschriftung, Futterbeschriftung, und so weiter nun, ja, aber das da oben zu, soll man endlich sehen, und damit würde ich vorschlagen, meine Damen und Herren, was das für diese Folge, diese Folge, ähm, hat uns wieder mal gezeigt, ich bin größtisch Angsthäschen, was es gibt auf dieser Welt, äh, ich erschalke mich schon, äh, alleine nur durch die Geräusche von einem Zambi, äh, verliere mein Leben durch einen Griper, und darf alle meine Sachen wieder einsammeln, bis zum nächsten Mal, bedanke ich mich fürs Zusehen, und wünsche eine schöne Zeit, bis dahin, dabei, tschüss und servus.